Schieß nicht zu hoch, schieß nicht zu hoch. Was? Moin Jungs, Emke hier. Maxi und ich, aka die Maximilians, haben uns eine kleine Challenge gemacht. Wir spielen Elfmeterschießen in Rocket League. 2 gegen 2 gegen Rizzix und mein Klatter Janik mal wieder. Das Ganze funktioniert wie folgt. Es gibt immer einen Schütze, einen Torhüter. Wenn der Schütze trifft, kriegt das Team einen Punkt. Trifft der Schütze nicht, kriegt das andere Team einen Punkt. Wer zuerst 7 Punkte hat, gewinnt das Spiel. Best of 3. Janik, blendet euch nochmal die Mutator-Settings ein, damit ihr auch die Settings habt, um selber zu spielen. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Nur auf der Goal-Line saven, by the way. Darfst du auf der Goal-Line saven? 3, 2... Frage, Frage, Frage. Darf man Squishy-Safe oder so? Ja, darfst du, doch, darfst du. Ist ja im Tor. 3, 2, 1, go. Ich meine kaputt, MK. Yippie, 1, 0 für uns. Holy shit, Digga. Ja, ist gar nicht so leicht. Es ist nämlich viel richtiges, wenn wir das schießen. Okay, äh... Muss ich halten? Ja, jetzt muss ich halten gegen Rezex und dann seid ihr beide dran. Okay. Warte, noch nicht Rezex? Warte, bitte. Ja, Digga! Ich muss jetzt auf der Goal-Line saven. Okay, own, ready and go. Go, go. Digga! Ich sehe einfach da, wo ich so unter den Vereinigungsabstrafung habe. Ja, das war's für dich. 2, 0 für uns. Pro Player, by the way. Fußball oder Basketball? Fußball, weil ich das kann. 3, 2, 1, go. Okay, kurz. Schieß nicht zu hoch. Digga! Was? Nice. Oh, man. Ey, der macht so ein Tor. Oh, man. Ich wollte einen coolen Pinch machen. Der sollte höher fliegen, aber der war ja... Was war denn das? Ach, Mexi. Ey, Jungs, ich wollte was Cooles machen. 3, 2, 1. Ja, ich bin ready. Und go. Mexi, nicht fliehen! Nein! Mexi, please! Fliechlau! Oh! Oh, Corona, was soll ich denn machen? MK, du hast so ein Handicap mit ihm. Oh, Mann, ey. Ich kann nicht gießen, Alter. Okay, ready? Du musst es nicht ablenken, MK. Go. Meine Fresse! Ja! Was? Ich hab' dir gesehen! Das war halt echt groß. Wie? Ich werd' nicht ein Tor schließen. Ey, Rizek, du hast ja voll viele Punkte als Pro. No, Front! Okay, ich bin ready. Oh! Guck mal da auch, Corona. Ziemlich über Shooting-Beschweren, ey. Ja, Junge, warum spiele ich das denn ernst, Alter? Was geht's denn eigentlich? MK, was geht's? 100 Sub gibt's. 100 Sub gibt's? Ja. Ey, sag doch's doch! Mexi jetzt, please! Das war's für dich, Yannick, du bist tot. Drei, zwei, eins, und go! Okay, bist du bereit? Please, Mexi, please! Power! Oh! Du bist es, Digga! Du bist es! Du bist es! Ja, was? Ja, sag doch, was geht, Digga! Guck mal, wie ich den Griff hat hier. Zack, zack, und dann... Das kannst du nicht wissen! Das war tatsächlich ein Zell, ey. Ist Mexi auch SSL? Ich glaube, nach dem Schuss weiß es jeder. Naja. Okay, kannst du schon, oder? Kann kein, kann kein Speedjump machen, Digga. Und go! Einfach auf den Boden warten und auf den Boden gehen. Jaaa! Jaaa! Sehr geil! Und reingehaut! Starker Schuss! Was? An der Stelle? Schuss, Digga! Mexi, du bist einfach zu krass, als solcher. Er hat immer so Angst gehabt. Drei, zwei, eins, go! Gibt's kein nix. Jaaa! Gut genug! Gut genug! Sag mal, da mach ich, Digga! Jaaa! In die Mitte! Da, wo ist der Tolle nicht erwartet. Boah, ey, passt wirklich zu krass. Ist der nach vorne, Digga, Digga? Ist der nach oben gekommen? Ja, da ist Digga. Rizzix, wenn du jetzt verschießt, dann haben wir gewonnen die erste Runde. Ist mir so egal. Ich bin ready. Drei, zwei, eins, go! Ich will die beste Sicht haben von hier. Jaaa! Danke, Rizzix! Das ist ja ein süßes Win für uns! Hä? Es ist ja auch nix gewesen, Bruder. Er hat ganz auf rechts geschissen. Ich bin dann einfach Manuel Neuer. Okay, was jetzt? Jetzt müssen wir scornen und es ist nächste Runde. Jaaa! Huhuhuhu! Okay, fangt ihr an. Ich schießt oder was? Oder er schießt? Ne, die sollte ich den Rizzix machen oder was? Die sollte ich den Rizzix machen. Nein, mein Kamerabutton ist kaputt. Warte, 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 warte. Muss ich jetzt helfen oder schon die Kamerabutton? Jaaa! Ja, ich bin ready! Alec, du hast das. Save. Komm, gleich den ersten Zähmen. Jaaa, Mixi! Wixi! Wuhuuu! Ja, du hast recht. Alles gut. Ja, aber ich hab das. Die Maximilian. Löwe! Die Maximilians. Den ist auch so ernst, ne, Klass? Hey, was willst du denn das? Ach, die Geige, ich höre! Come on, Mixi. Come on, Mixi. Come on, Mixi. Ich mach Mastiflick. Danke, dass du den Demo ist, der das scheiß Video recordet! Ohhhh, Mixi! Jungs, save wieder, schieß nicht. Ich war im Verein. Du bist so in seinem Kopf. Du komm mit Mastiflick jetzt. Zack! Und dann? Hey, das ist doch safe auf Cam, Dicke! Auf Cam. Du bist so in seinem Kopf. So in seinem Kopf. Ich bin zu langsam. Rude, ich schieß jetzt. Ich bin ready. Oh, Rude, du bist so free! Du bist so free in diesem Game Mode! Dicke, das ist doch wirklich ernst! Oh mein Gott, geht der? Jop. Prost, Digga! Junge, warte, wie hab ich geredet? Seid ihr gut aus? War Double-Tisch? War Double-Tisch? Nee. Aber... Hook war drin. Rezix musste natürlich klauen. Maxi, Junge. Brauch beste Sicht von hier. Okay. Let's go. 3, 2, 1, go. Boah, Rezix, das schaffst du nicht. NEIN! Okay, 3, 1. Maxi, kein Druck. Du musst dir das selben. Ich muss halten, ne? Ja. Hey, okay. 3, 2, 1 und go. Come on, Maxi. Oh! 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 Ich glaub ich brauch immer ne Frille oder so. Ei, ei, ei. Der Cutter wieder im Struggle. Wer hat den hin? 3, 2, 3. Du hast das noch. Wenn wir gewinnen, dann tut das nicht halt hochladen, weißt du? Ja, ja, ja. Das ist das Problem. Wenn du den jetzt machst, sind wir schon bei 5 Punkten und die bei einem. Janik, du musst den selben. Janik, du musst den selben. 3, 2, 3, 3. Okay, bist du bereit für meinen Tornado Shot? Oh ja, Tornado Shot, lass jo. Der geht zu rein. Ich hab den zu safe. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das war super. Okay, 3, 2, 1, Sio. Oh mein Gott. Ey, der Resi X, du bist. Er versucht zu try-hunt, aber kann einfach nicht treffen, ey. Was ist das try-hunt? Schwer, schwer! Mach die! Oh! Ich hab ihn gefaked, Diggi. Wurdest du wirklich gefaked gerade? Oh! Woppa! Okay, let's go. 5, 2. Wenn ich dir jetzt mach, ist Match Point. Nein, nein, nein. Das ist eh loose, Diggi. Bist du ready? Diggi, ja, ja, ich bin ready. Lass dich nicht ablenken von mir. Der geht so overwet. Ja, ich merk schon, der MC macht's spannend. 3, 2, 1, Maxi, wenn du den hältst. Ist mehr spannend. Ist für Scheiße. Oh! Einmal was Gutes. Einmal was Gutes gemacht. Diggi, jetzt hab ich Druck. Maxi, ich weiß, du magst fancy Shots, ja. Aber wir sind die Maximilians. Maximus steckt unseren Namen. Du musst jetzt einfach machen. Maximus Shot also, ne? Maximus. Okay, neuer Shot, ich verstehe. Der geht so vom Tor aus. 3, 2, 1, go. So, nein. Ist safe. Der hat mich nicht an, bro. Ich mach's spannend. Maxi, du hattest mich komplett. Ich bin einfach gesprungen. Es war open net. Danke, Bro. Danke, Bro. Er macht nochmal Salz in die Runde. Wirklich. Du weißt, dass du dich richtig schlecht fühlst. Wärst du schon schlimm genug? Nein, nein. Es war open net, Maxi. Ich geh Rizzix. Rizzix, weißt du, ne? Wohin? So nah. Du musst nur scoren. Und dann nochmal halten. 3, 2, 1. Es liegt in deinen Händen. Maxi, geh bitte weg. Ich seh ihn nicht. Maxi, please. Ich will keinen Druck machen, ne? Aber du musst halt... Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Warte auf, hör mir mal ganz kurz zu. Warte. 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 Jetzt muss ich noch halten. Kein Druck, Janik. Kein Druck. Ich hatte den letzten und entscheidenden Schuss. Ok. Du greifst ihn, geht ins Dritte Match, verschießt. haben wir gewonnen das Mr. 3 und Rizx schuldet mir 100 Zap Gifts. Ah ja. Okay, ich möchte das. Drei, zwei, eins. Komm schon, Baby. Ja, Digger, was war denn das? Wie schlecht bist du, hä? Ich wollte noch Counter und alles machen. Epic Music und dann einfach komplett daneben geschöpft. Easy W an der Stelle auf jeden Fall. Falls ihr mal solche Challenges sehen wollt, wieso mach ich immer mit dem Zeigefinger? Easy W auf jeden Fall an der Stelle. Falls ihr mehr solche Challenges sehen wollt, gerne in den Kommentaren mich wissen lassen, liken, abonnieren und dann bis zum nächsten Video.